Ich hab' mich kurz gesehen, wie ich ihn lief... Oh, pass auf, der hat den... Was? Ähm... Nein! Morin, den hatte ich gerade visiert! Der hat hier versucht, sich mein Fuse auch durchzuschauen, der hat gesagt... Du Sack! Ich hab' das grad schön auf den gespielt, da war aber kippt er um! Ja, wenn der so dumm ist, muss mir nerven! Oh Gott! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Doch wie zu lustig es passiert! Oh mein Gott, wie unnötig das auch noch einfach war! Oh mein Gott! Ich sah an der Dach, Luca! Was? Ich will schalbes Leben! Ja, aber wie kann... Oh nein! Rudi hat's rausgehauen! Oh Gott! Ja, Mori, für die Killcam! Jetzt stirbst du nicht, das soll das geilste! Ich hab' noch einen getötet! Du hast ihn getötet! Ja! Wo war der denn jetzt? Und? Ich glaub' der kam da grad rein, oder? Ich glaub' auch! Ich hab' in einem Fall in Hürsen! Nee, du kannst nicht sterben! Stimmt auch wieder! Aber hier gibt's nur Gerüste! Nur Gerüste! Muss irgendwie so... So! Du bist runtergefallen auf jeden Fall! Ich kann mich aber nicht aufheben! Ist das übel, hey! Das hab' ich noch nie gesehen da oben, die Taktik! Wo war der denn? Wo war der? Na da! Wollt's ja klären, warte, wo seid ihr? Na da, wo du eben bist, da! Da hat er oben drüber geschossen! Sag' mir jetzt nicht, du hast die Löcher gemacht, Leonard! Jo, aber jetzt war mal wir können! Du bist so ein Spaß, Leonard! Jetzt sind wir beide weg... Deinen Löchern gestorben! Selbst wenn ich einen Kill mehr hätte, zu 600 Punkten mehr! Scheiss, Markierer! Ach, geil! Ich kann wieder nichts aufnehmen! Du musst den Biohazard-Container holen! Ich bin auch da, wo wir waren! Ah! Wir haben einen Eis verschossen! Ja! Das war so eine geile Kill-Camera! Im Geheimgang! Ich hab ihn auf das Rohrenloch getötet! Ach so, Sledge! Ich wollte den Jammer wegschießen, dann steht da einfach wer! Wanner ist... Da wohl die Castle war! Komm, die Wanner kommt! Ah, ist tot! What? Ach so, du hast das! Okay! Oh, die hier nicht haben müssen, ist so schlecht! Ich weiß nicht, wo der letzte ist! Kameras helfen nicht! Keine Ahnung, wer das ist! Oh, was?! Was?! Ich hab nicht mal was gesehen! Ich hab einfach panisch geschossen, weil ich Schüsse bekommen hab! What?! Okay! Oh, Doc hat den Schild hingestellt da! Als Deckung! Da ist einer recht hoch! Ja! Feuerhin! Ne, da ist doch Blitz! Wie kann der kein Heller? Jetzt ist er genau hinterm Schild! Er ist genau hinterm Schild! Ist das bitter! Er war genau hinterm Schild jetzt! Ich weiß nicht! Ich konnte ihn nicht erschießen, weil er hinterm Schild war! Warum reist denn er jetzt raus? Jetzt ist die Studio offen! Das sind zwei Leute! Nein! Die wollen ihn nicht töten! Ah, Schild! Blitz! 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 Ja, da war die ganze Zeit schon da! So, Dave! Der hab mich vorhin schon geblitzt! Ich hab Messer ihn! Hilf mir! Ich seh nix! Ich bin komplett geblitzt! Ich hab Messer ihn! Hilf mir! Ich seh nix! Ist er lebt der noch? Ach, ich hab ihn gedauert! Okay! Er ist draußen, ey! Gott! Blackbeard! Was hat der für'n? Ah! Noch einer vernetzt! Ey! Wie viel Leben hat der bitte? Was? Was? Wie war der denn jetzt bitte? Ja, der hat durch die Warte einfach geschossen! Was? What the fuck? 10 Sekunden zu gehen! Was? Sind oben auf dem Dach, glaube ich! Was? Ah! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab aber so... Was? Oh Gott! 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 Das war noch nicht so Absicht! Oh Gott! Guck dir die Gehke, Mann! Das war keine Absicht! ja du siehst ja aber dass ich da stehe ja ich bin auf den schussknopf gekommen ich habe nicht nur anvisiert ihr lauf mal auf den stein zu und versucht die ganze zeit dabei zu springen es ist einfach aus der web wenn du dagegen grenzt und ich bin ja das war mir war schon klar versucht die kamera noch hätte es auch nicht der der mir geschrieben hat er ist in der kamera und steht rennen zur markierung wenn schnell zur markierung erst eine drohne ich kann dir sagen wenn er raus geht er ist aus der drohne raus er zieht dich du bist ein spaß unglaublich wenn wir das jetzt verlieren aber wie gesagt pass auf bandit polz ist bei a drin und auch wenn es keine ahnung was ich nur nicht sein es war das hat er nicht verdient wo ist er hat er das grad ernsthaft überlebt keine mehr bei a drin gerade ich glaube du hast bessere chance wenn du bei a außen rein gehst vielleicht ich komme jetzt alles zu dir gerannt meiner schaden bekommen hinter dir ist einer ich renne nur rennt zu a rum da ist keiner drin gerade ich sag's wenn ihr bei a einer reinkommt kann aber leider nicht sehen wenn diffused wird hey jetzt bandit ist gleich bei a jetzt bandit ist bei a drin der nächste kommt gleich warte und ruck noch ruck dürfte auch nicht mehr leben oh sie müssen jetzt gleich auf die bombe gehen das wird eng das war's nice bang wie habe ich das geschehen yeah du bist so ein spaß du bist so ein dreckiges das war schon komplett fertig die animation ist das dreckig ist das dreckig das alles aufgegessenes kann ich auch mit machen nein mori das machst du nicht zwei mal 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 und er weiß es nicht dass sie gedauert ist das ist hart mit der drohnen schon mal fahren am fente der ganze raum ist offen sonst krass bang noch mehr granaten ach sie ist voll vielleicht jetzt auf jeden was ist voll was warst du hast vielleicht gezielt die bei mir hab ich ihn getroffen ne 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 das ist genau ja du hast keinen schuss mehr oder ich weiß es nicht doch doch neun schuss hast du noch bitte lasse ich ihn auf hemmen so blöd sein Ja, schieß, schieß, schieß! Ja! Was? Wie ist der nicht gestorben? Ja. Du musst näher rein, dass du's gegenfalls messen kannst, oder? Ja, wenigstens. Ja, schon kannst du halt auch scheiße. Geht daher! Ja! Okay, oder? Nachladen! Nein! Was ist jetzt der andere? Sehr stark! Was geht hier? Ist das richtig? Das Schlimme ist, jetzt hast du einen schnelleren Charakter als gegen das Spiel. Der Tauscher ist nicht so geil. Mir geht doch nicht, dass du ihn so schnell wiederbeleben kannst. Oh, der nervt, der Typ. Oh! Ah! Der rennt die ganze Zeit super tief. Nice! Wie geil! Passte runter! Und das noch zum Match, Freund! Oh Gott! Wieder einfach eiskalt, zwei Leute killt mit dem C4! Ja! Ja!